Telegram-Blockchain Tonecoin erlebt mehrstündigen Netzwerkausfall. Tonecoin fiel diese Nacht für ungefähr sechs Stunden aus. Der Grund für den Ausfall war übermäßiger Traffic durch einen neuen Meme-Coin namens Docks. Kryptobörsen wie Bybit und Binance stoppten kurzzeitig alle Ein- und Auszahlungen von Ton. Tonecoin ist die inoffizielle Blockchain von Telegram. Ursprünglich 2019 gestartet und von der Community weiterentwickelt. Telegram steht derzeit unter Beschuss. Gründer Pavel Durov wurde in Frankreich inhaftiert. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.